Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mal um ein etwas aktuelleres Thema und zwar um Unlock All Accounts. Zunächst mal, nein, das hier ist kein Werbevideo, wo ich irgendwie darauf aufmerksam machen möchte, dass ich es auch welche verkaufe. Ich verkaufe nämlich ganz sicher keine Unlock All Accounts und das hat auch mehrere Gründe, mehrere gute Gründe. Und ja, genau darum geht es jetzt auch. Ich möchte euch einfach mal in diesem Video ein bisschen genauer erklären, was ja mit einem Kauf von einem Unlock All Accounts alles Illegales und Kriminelles unterstützt, weil es ist wirklich eine ganze Menge und sehr viele sind sich das einfach nicht bewusst. Die kaufen einfach irgendwas und denken, ja, wird schon alles in Ordnung sein. Aber es ist in Wahrheit nicht so und was das so im Einzelnen ist, werde ich euch jetzt hier in diesem Video mal ein bisschen genauer erklären. Wir fangen ganz einfach mal an mit der grundlegenden Frage, was ist ein Unlock All Account überhaupt? Also Unlock All, die englischen Worte stehen auf Deutsch übersetzt für alles freigeschaltet. Und ja, so ist es auch bei diesen Accounts, bei diesen illegalen Accounts sind meistens so ziemlich alle Dinge, die man normalerweise im Spiel ehrlich erspielen müsste, schon freigeschaltet. In GTA Online sind es jetzt halt hauptsächlich die GTA-Dollar, die AP-Punkte oder Fahrzeuge. In anderen Spielen ist es natürlich auch was anderes. Und ja, das sind ganz einfach illegale, ich will jetzt nicht sagen Kopien, aber es sind jetzt ganz einfach illegale Accounts der Spiele, wo einfach, wie gesagt, alles freigeschaltet ist. Und das ist einfach vom Grundlegenden her schon mal nicht erlaubt, weil man einfach einen Betrug an Rockstar Games, also jetzt halt im Falle von GTA, einen Betrug an Rockstar Games begeht, weil in den AGBs steht es natürlich ganz klar, dass solche Accounts nicht erlaubt sind. Und mal ganz ehrlich, wieso sollte Rockstar Games sowas erlauben? Denen geht mit jedem Account einen Haufen Geld durch die Lappen. Und deswegen ist es auch so, ihr könnt dafür nicht nur gebannt werden, wenn ihr so einen Account habt, weil das ist ja eigentlich schlecht lachhaft, weil manche lachen einfach darüber. Wenn sie gebannt werden, die kaufen sich dann ganz einfach einen neuen. Nein, ihr könnt tatsächlich auch strafrechtlich verfolgt werden. Das heißt, Rockstar Games kann euch richtig anzeigen, dass ihr dann eine Geldstrafe bezahlen müsst oder, keine Ahnung, Sozialstunden machen müsst oder was, weiß ich denn alles. Kommt natürlich immer darauf an, wie das entschieden wird. Aber ihr könnt wirklich richtig strafrechtlich dafür belangt werden, wenn ihr einen Unlock All Account euch kauft. Und die andere Sache, die betrifft jetzt eher die Verkäufer von den Unlock All Accounts, weil es ist natürlich so, man braucht in Deutschland für alles, was man verkauft oder für fast alles, was man verkauft, ein Gewerbe. Und das gilt natürlich auch für Unlock All Accounts, weil die meisten von diesen Verkäufern, die verkaufen nicht mal nur ein Account, sondern gleich Hunderte oder Tausende oder was weiß ich. Auf jeden Fall, jeder von diesen Unlock All Accounts Verkäufern müsste ein Gewerbe angemeldet haben, um das mehr oder weniger legal zu machen. Also vom Gewerberecht her halt legal. Und das haben die meisten halt ganz einfach nicht. Und deswegen, man unterstützt einfach mit jedem Kauf von so einem Unlock All Accounts grundsätzlich mal Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit und so weiter. Also, und das ist halt auch so eine Sache, wo ich eine richtige, absolute Frechheit finde, weil diese Unlock All Accounts Verkäufer, die machen das ganz einfach. Die wählten in 99 Prozent der Fälle, garantiert in 99 Prozent der Fälle, kein Gewerbe an, weil, das muss man sich auch einfach mal überlegen, da kommt irgend so ein Typ ins Gewerbeamt und fragt, ja, kann ich ein Gewerbe anmelden, um Unlock All Accounts zu verkaufen? Ja, ich glaube, die Reaktion von den Beamten dort kann man sich dann schon gut vorstellen. Die werden einem wahrscheinlich nur auslachen. Also, es ist einfach so gut wie sicher, dass man für sowas kein Gewerbe bekommt. Und wenn man doch ein Gewerbe für sowas hat, dann hat man ganz sicher eine falsche Angabe gemacht, weil, wenn man das wirklich ehrlich angibt, was man da verkauft, dann bekommt man ganz sicher keine Gewerbeanmeldung oder keinen Gewerbeschein. Das ist ganz einfach so. Und deswegen kann man sich so gut wie sicher sein, dass ganz einfach keiner von den Unlock All Accounts Verkäufern ein Gewerbe dafür hat und es einfach grundlegend illegal macht. Und, ja, des Weiteren ist natürlich auch hier der Betrug an Rockstar Games, weil das natürlich auch gegen deren Richtlinien verstößt und die können dafür natürlich auch richtig angezeigt werden. Sogar noch viel schlimmer als die Käufer von sowas, weil die das ja auch wieder weiterverkaufen, kommerziell nutzen und das ist natürlich auch wieder eine richtige Straftat. Also, ja, das ist schon nichts wenig. Nur leider ist es halt oftmals auch so, dass diese Verkäufer nicht erwischt werden oder so oder, ja, halt meistens nichts passiert. Aber wenn die wirklich jemand anzeigen würde wegen Steuerhinterziehung oder irgendwie keine Ahnung was machen würde, dann könnte das tatsächlich schon richtig böse enden für die. Weil ich glaube nicht, dass das den deutschen Staat nicht interessieren würde, weil Steuerhinterziehung ist Steuerhinterziehung, egal in welchem Fall, ob das jetzt irgendwie ein bekannter, keine Ahnung was macht oder ist halt irgendwie so jemand, der nur an und ausverkaufen will. Egal, der Verstoß ist immer gleich. Kommt natürlich aber auf die Höhe drauf an. Das Verstoß ist aber, ist eine andere Sache. Und, ja, das sind ganz einfach so Sachen, die er damit unterstützt. Und des Weiteren ist es natürlich auch so, dass es grundlegend auch schon mal unfair gegenüber denen ist, die ihr Gewerbe legal anmelden. Also, wenn jemand ein Unternehmen frisch gründen will, dann zum Gewerbeamt geht und, ja, keine Ahnung, das Gewerbe dann anmeldet und dann Steuern bezahlt und die ganz einfach Geld einsacken mit den Undergold-Accounts und keinen Cent Steuern bezahlen. Das ist einfach vom Grundlegenden her schon mal richtig unfair und ich finde das einfach nur eine richtige Frechheit von jedem, der Unlock-All-Accounts verkauft. Und deswegen bin ich da auch absolut dagegen. Und, ja, kann natürlich jeder sehen, wie er man will, aber der deutsche Staat wird das mit Sicherheit so ähnlich sehen wie ich. Und, ja, des Weiteren ist es natürlich auch so, dass das ist natürlich auch sehr unfair gegenüber den anderen Spielern, wenn man einen Unlock-All-Account hat, weil man sich dann ganz einfach Sachen, ja, alle Sachen leisten kann, ohne dafür irgendwas tun zu müssen. Gut, es wird bestimmt der eine oder andere sagen, ja, gut, das ist doch mir scheißegal und es wird wahrscheinlich auch für die meisten, die sich sowas dann kaufen möchten, nicht der ausschlaggebende Punkt sein, sich das vielleicht nicht zu kaufen. Aber ihr müsst es euch einfach mal so vorstellen, Rockstar Games ist genauso wie zum Beispiel jetzt, nehmen wir einfach mal Mercedes. Es ist genauso wie Mercedes ein Unternehmen, das darauf aus ist, Gewinne zu generieren, Umsätze zu generieren und so weiter und so fort. Und durch die Unlock-All-Accounts gehen, denen einfach richtig viele Dollar, also Euro, also richtig viel Geld durch die Lappen. Und ihr müsst es euch auch mal so vorstellen, wir bekommen GTA Online zumindest immer auf dem PC komplett kostenlos zur Verfügung gestellt. Und auch die ganzen Updates, aber die sind ja auch auf den Konsolen kostenlos. Also wir bekommen das wirklich kostenlos zur Verfügung gestellt. Rockstar Games verlangt dafür eigentlich keinen Cent, außer natürlich beim Kauf des Spieles, aber danach keine weiterlaufenden Kosten mehr. Und ja, wenn Rockstar Games einfach nicht mehr so viel umsetzt, nicht mehr so viel Geld macht, weil sie keine Accounts mehr verkaufen können, weil sich jeder nur noch diese Unlock-All-Dinger da kauft, dann sieht es natürlich auch ziemlich schlecht aus, für deren Umsätze und so. Und zwangsläufig würde es dann darauf hinauslaufen, dass, wenn die keine weiteren Gewinne mehr machen, irgendwann vielleicht mal sagen, gut, rechnet sich nicht mehr, wir können es uns nicht mehr leisten, dann wird GTA Online wahrscheinlich irgendwann abgestellt, wenn das so sein sollte. Und das muss man sich ganz einfach mal bewusst machen. Die meisten, die denken einfach nicht über sowas nach, wenn sie sich ein Andock-All-Account kaufen. Die denken, ja, okay, wird schon alles passen, aber es ist ganz einfach nicht so. Man tut einfach so viele illegale Sachen unterstützt, man macht sich selbst strafbar, man kann angezeigt werden, die Verkäufer, die begehen Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit und so weiter und so fort. Ja, und natürlich auch noch den Schaden, den Rockstar Games hat. Das sind ganz einfach so Sachen, die müssen einfach nicht sein. Deswegen, ich kann einfach nur an eure Vernunft appellieren, kauft euch keine Unlock-All-Accounts, weil, ja, ihr bedrückt einfach so viele Sachen damit, vielleicht auch nur indirekt, aber trotzdem, der Schaden ist da, egal von wem er begangen wurde. Und es muss ganz einfach nicht sein. Und ich hoffe einfach, dass ihr das verstanden habt und euch wirklich keine Unlock-All-Accounts kauft. Und, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet, ob ihr euch mal einen Unlock-All-Account gekauft habt oder ob ihr euch keinen gekauft habt, ob ihr nicht meiner Meinung seid oder ob ihr doch meiner Meinung seid. Also das sind einfach mal Sachen, wo mich jetzt mal interessieren würden. Und deswegen bitte ich euch, das Ganze einfach mal in die Kommentare zu schreiben. Müsst ihr natürlich nicht, nur wenn ihr wollt. Und, ja, dann war's das jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne mal einen Like da und natürlich auch sehr gerne ein Abo, wenn ihr wollt. Und, ja, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein solltet, wenn ich wieder ein Video hochlade. Und, ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.